Trotz hoher Nachfrage bleibt eins beim Immobilienverkauf unverzichtbar, das Exposé. Doch was muss rein und wie sollte es aussehen? Eigentümern fehlt bei der Gestaltung des Exposés meist die Erfahrung. Sind die Informationen allerdings unzureichend und die Bilder schlecht, bleiben Interessenten aus. Oder es melden sich zu viele. Beides zieht unnötigen Zeitaufwand hinter sich her. Sowohl für den Eigentümer als auch für den Interessenten. Ein Profi-Makler weiß, worauf es ankommt und erstellt ein zielgruppengerechtes, aussagekräftiges Exposé. Neben optimalen Fotos, auf denen die Besonderheiten und die Raumverhältnisse der Immobilie sichtbar sein sollten, bedarf es konkreter Informationen. Angegeben sollten unter anderem sein das Baujahr, die Wohnfläche und die Grundstücksgröße. Um die Kontaktaufnahme so einfach wie möglich zu gestalten, dürfen die Kontaktdaten nicht fehlen. Je genauer die Informationen, desto schneller wird die Zielgruppe erreicht und die Immobilie verkauft. Sie möchten wissen, wie Sie ein Exposé so gestalten, dass es Ihre Zielgruppe anspricht? Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gern.